Hallo Lieben, ja, also erstmal wollte ich nochmal kurz anschließen an gestern. War vielleicht ein bisschen verwirrend, das Video, aber mir geht es gut und die Themen, die ich habe, sind alles in guter, in guten Händen oder in guter Verarbeitung und ja, aber ich verspreche euch, wenn ich da nochmal ein Update mache, dann mit konkreteren Sachen. Ich möchte halt nicht in diese gleiche Fingerzeigrichtung gehen, ich möchte nicht in die gleichen Energien reingehen und dann ist es manchmal schwer, über Dinge zu reden. Aber was ich einfach sagen wollte, ist auch, ja, das ist, ja, also gestern kam auch die Frage, wofür bist du besonders dankbar in deinem Leben? Und klar, kann ich jetzt, mein Leben läuft super, ob man, weiß nicht, wo man jetzt anfangen soll, ich habe ja wirklich viel erlebt in meinem Leben schon und ja, einen tollen Job jetzt, eine tolle Freundin und coole Freunde. Und also klar, es gibt ja immer noch, ich finde auch diese Corona-Zeit, dass wir so, bis wir irgendwie isoliert haben, bei mir hat sich auch Freundeskreis total viel geändert und ja, das sind, klar. Also es gibt auch bei mir noch Luft nach oben, aber ich bin da super dankbar. Aber ich habe gerade das Gefühl, gerade wenn man so Steps macht, als wenn dann manchmal nochmal so richtig an einem gezogen wird und ja, und wir gehen halt immer weiter durch Schwierigkeiten, also wir lernen an diesen Schwierigkeiten. Deswegen, auch wenn ihr in einer schwierigen Beziehung seid oder ich weiß nicht was, ich weiß, das ist schwer. Mir fällt das, es gibt auch so Tage, wo es mir auch nicht so leicht fällt, das irgendwo als eine Chance zu sehen, noch viel mehr über sich hinaus zu wachsen. Und wenn man in seinem Schmorder drin bleibt und sich nicht entwickelt, dann, ja, man entwickelt sich nicht, aber ja, man weiß auch, wenn ich mich jetzt weiterentwickele, dann komme ich eben genau an diese Steps ran und dann, ja, es ist manchmal fast, manchmal ist es auf eine Art fast einfacher, einfach drin zu bleiben in seinem Kram. Aber dann bekommt man halt auch nichts Neues, so, ne, das ist jetzt the game, so, ne, aber sonst alles gut und genau, ist dann halt mal ein verwirrendes Video gewesen. Ja, genau. Ja, ähm, heute gab es, da gab es noch zwei Fragen, die wollte ich heute mal beantworten. Einmal, ähm, ja, ich hatte ein erstes Date, war schön, der Mann schreibt mir nicht danach, äh, oder will kein zweites Date oder macht kein zweites Date aus, was mache ich damit? Ja, der ist ja auch alles drin in meinem, äh, Datingkurs in Neuner, äh, ja, gar nichts, ne, dann, äh, abhaken. Also, äh, man kann schon, äh, gerade die ersten ein, zwei Dates, drei Dates kann man echt von meiner erwarten, dass er dann sagt, so, ich, äh, möchte jetzt gerne ein nächstes Date haben. Und glaubt mir, wenn man, äh, interessiert ist und verliebt ist, dann will er euch auch wieder treffen, ne, also ist überhaupt keine, gar keine Frage. Also, da, äh, ja, könnt ihr euch total sicher sein und, äh, man muss eigentlich, gilt andersrum auch für euch Männer, äh, wenn eine Frau irgendwie rumhampelt und, äh, ja, weiß nicht und ist unsicher und, ja, und will sie jetzt auf ein Date oder nicht oder macht mir einen Termin erst in, x Wochen oder, ja, dann ist sie eben nicht oder noch nicht so interessiert, ist eben so, ne, also Leute, die, äh, das gilt auch für Bindungsängste, also Leute, die total verknallt sind, die, natürlich wollen die Nähe haben und Nähe leben und, äh, das ist ja eben das Problem auch in so, im Bindungsangstmodus, dass dann eben die Verknalltheit zu schnell weg ist, so, ne. Äh, egal. Äh, und dann war noch das Thema, ähm, genau, mit, wieso sind Männer nicht in ihrer Polarität? Ähm, ähm, also ich denke, das hat, äh, verschiedene Gründe, ähm, also einmal bedeutet in der Polarität auch sein, in seine Kraft zu kommen und das ist man, äh, vielleicht noch nicht, äh, weiß ich nicht, vielleicht braucht man da auch seine Zeit im Leben, bis man das, äh, sich erarbeitet hat und das ist auch, ich könnte jetzt auch fragen, warum sind Frauen manchmal nicht in ihrer Polarität? Ja, das ist eine Entwicklung irgendwie, äh, das ist erstmal ein Punkt und dann ist natürlich ein Punkt auch, ja, war sozusagen der Vater in seiner Polarität, ähm, was hat, was hat man da beobachtet in der Familie? Also was ist die Erziehung? Das spielt einen Riesenpunkt, denke ich, ähm, und auch was, was, äh, trägt man so mit aus dem Familiensystem? Teilweise sind ja im ganzen Familiensystem alle Männer nicht in der Polarität oder alle Frauen auch nicht und, ähm, das ist ein Riesenpunkt und dann halt die Gesellschaft. Ich meine, äh, also meiner Ansicht nach, wenn ihr euch, nehmt euch mal zehn Spielfilme irgendwie gerade, äh, also jetzt nicht unbedingt so ganz alte, das ist das noch nicht, aber so ab 70er, 80er, 90er, Nullerjahre, ähm, äh, ja, oder auch aktuelle, muss man jetzt gar nicht, also auch aktuelle Spielfilme über Liebe, ähm, ja, das ist in aller Regel, äh, sind da Männer nicht in ihrer Polarität, machen komische Sachen, die in einem realen Leben überhaupt nicht funktionieren irgendwie und, ja klar, guckt man sich das irgendwo ab und wundert sich, dass es nicht funktioniert, ne, machen super Dates, ähm, und wenn Männer in ihrer Polarität gezeigt werden, äh, sind es häufig eben so die Bad-Guy-Variante, die sind dann voll in ihrer Polarität, aber sind dann eben Bad-Guys, also super Beispiel ist, äh, was weiß ich, ähm, ja, keine Ahnung, ich will jetzt auch niemand wieder anträgern hier, aber was weiß ich, äh, Fifty Shades of Grey oder so, kann man sagen, das sind Männer in ihrer Polarität oder meinetwegen auch 365 Tage auf Netflix, äh, aber trotzdem wird dann mit so vielen anderen Problemen und muss die Frau erst gefangen genommen werden und ich weiß nicht was, das ist natürlich auch völlig, völliger Mumpitz, das hat mit Polarität ja auch nichts zu tun, ähm, also, ja, also, und ich glaube, es gibt wenig Beispiele, weil es auch schwierig ist, ne, wo Männer, äh, sozusagen loyal, ehrlich sind und gleichzeitig in ihrer Polarität, ne, das ist, ist auch echt ein, ein dickes Brett, sag ich mal, ne, also, klar, es gibt viele Männer, die in ihrer Polarität sind, viele sind dann aber halt auch so ein bisschen, ja, also, sag ich jetzt ganz, ich hab da gar keine Wertung für, aber ganz großen Anführungsstrichen so Bad-Guy-mäßig unterwegs. Jetzt kann man natürlich sagen, was ist denn mit den Frauen, ähm, ähm, ja, also, das Problem ist halt, wenn ein Mann voll in seiner Polarität ist, fällt es einer Frau relativ leicht, auch in ihre Polarität zu gehen, so, ne, es sei denn, sie hat zu viele eigene Themen da, ähm, andersrum stimmt es aber nicht unbedingt, nur weil eine Frau in ihrer Polarität ist, heißt nicht unbedingt, dass der Mann in seine Polarität geht, deswegen ist es, ähm, so wichtig, dass die Männer da auch, äh, ihre Schritte machen und, ja, ich finde es echt schwierig, also, ich finde es auch, äh, ich meine, ich bin überzeugt, dass alles besser wird, nach wie vor, äh, ganz überzeugt, aber, äh, ja, das sind, äh, ich finde es gerade noch mal eine richtig krasse Zeit, also, wenn wir jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal diese, was mich sehr aufgeregt hat, diese Gillette-Werbung, also, äh, werde ich dir leicht finden, wenn ihr es mal googelt, ich weiß nicht, ob ich das hier verlinkt kriege, aber, äh, diese Gillette-Werbung, wo, äh, da wird ganz viele tolle Sachen gezeigt, dass Männer, äh, weiß nicht, Mobbing stoppen und ich weiß nicht was, aber es wird auch gezeigt, ein Mann, der eine Frau ansprechen möchte und der zurückgehalten wird von seinem Kumpel und, ja, das macht man noch nicht, man spricht doch nicht einfach eine Frau an und, äh, ja, aber das sind genau diese Sachen, wo quasi, äh, ne, ähm, ähm, eine Polarität schon zu einer toxischen Männlichkeit wird, ne, nicht, dass es keine toxische Männlichkeit gibt, es gibt auch toxische Weiblichkeit, aber, äh, natürlich gibt es das, aber nur, weil ein Mann eine Frau ansprechen will, ähm, ist es noch keine toxische Männlichkeit, so, ne, und, klar, es kann man nicht sagen, dass wie und bla, aber allein dieser Fakt ist doch eigentlich cool irgendwie, ne, und, ja, und das, äh, ich höre das, ich habe das von einigen Männern gehört, dass sie sagen, ey, ich würde doch, äh, was weiß ich, zum Beispiel auf der, auf der Arbeit, also auch Leute, die in großen Konzernen arbeiten, haben mir Männer gesagt, ich spreche doch keine Frau da an, das ist, da kriege ich Ärger irgendwie, ne, hinter, äh, ja, weiß ich nicht, geht die zum, keine Ahnung, schwärzt sich gleich und dann, äh, bin ich unten durch da, so, ne, und wir reden jetzt nicht über irgendwie Inadäquates ansprechen, sondern einfach jemand, der vielleicht in einer ganz anderen Abteilung ist, sondern, äh, einfach sagen, ich finde dich interessant, ich hätte Lust, mit dir was trinken zu gehen, äh, trauen sich viele nicht mehr, so, ne, und, ja, aber so, ähm, ist, aber ich glaube, das ist alles, auch das ist im Wandel und natürlich müssen Männer oder mussten oder müssen noch Männer lernen, äh, ja, das auf eine Art zu machen, die wirklich auch, äh, also in der männlichen Polarität ist ja auch, dass die Frau wirklich total gewertschätzt wird, ne, und, äh, verehrt wird und in den Hof gemacht wird und dann ist man auch safe, denke ich, ne, klar, wenn ich natürlich jetzt so irgendwie, äh, keine Ahnung, eine Frau so sexistisch anmache, ist es natürlich nicht kein gutes Beispiel für, finde ich noch nicht mal in der Polarität, kein gutes Beispiel für, für eine schöne Männlichkeit, ne, das ist natürlich klar. Ja, äh, komplexes, äh, Thema, meiner Ansicht nach, äh, aber absolut zentral, also ich würde auch nicht so viel drüber reden, wenn ich nicht auch diese ganze Erfahrung hätte mit diesen Paartherapien, die ich in den ganzen Jahren gemacht habe, weil, wo das immer wieder sich Frauen drüber beschweren, ähm, dass der Mann nicht in der Polarität ist, also auch wenn sie mal im Einzelgespräch da waren, äh, gut, die haben natürlich nicht dieses Wort dafür, aber die sagen dann, Mann, irgendwie, immer muss ich alles machen, immer muss ich alles anschieben und, äh, immer muss ich alles entscheiden und bestimmen, habe ich keine Lust mehr dazu und, ja, also es ist wirklich zentrales Thema, nicht nur für den Bereich Dating, auch für den Bereich Beziehung und kann man eigentlich gar nicht genug drüber reden, also ich finde es ein super Thema auf jeden Fall. Gut, Selbstliebe-Challenge geht heute los, freue mich, wenn ihr noch mitmacht und wir werden es bald wieder sehen. Gut, Selbstliebe-Challenge